Also ich glaube, ich lebe wirklich an einer der schönsten Plätze auf der Welt und mir tagt das. Dankeschön, Chef, da oben, dass ich da sein kann. Hinter mir hat der wilde Kaiser, aber mein nächstes Video kommt aus den Chiemgau-Alpen, und zwar Sonnenaufgang am Dürrenstein hohen, und ich hoffe, ihr seid dabei bei den neuen Filmen vom Radl-Wadl. See you there!